Da wo du mich spielst! Yo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Smash mit den meinen Jahren E.K.A. normaler Julian keine Ahnung und für die Stiftung die Stiftung Loll Jahren ja hallo und fiktig man hat es geschaffen 9 9 9 das sehr elegant aus wo alter nur die Schraubung jetzt Ich hab schon mal zum zweiten Mal runterfallen. Wie schlecht bist du? Wenn ich fragen darf. Ich hab einfach so 68% und sterb nicht. Cool. Bin ich gut. Ach nee, Alter. Ich bin so schlecht. Du bist du. Das sag ich dir auch nicht, Alter. Okay, dann nicht. Du willst jetzt... NEIN! NEIN! Ich bin jetzt hier. Ich bin wirklich hinter dir. Oh. Ich hab's dir gesagt. Ja, toll. Ja. Junge, pack deine Kackabine. Alter. Alter, meinst du mal aus? Die spinnt ihr? KUM, 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 KUM. Bitte, bitte, NEIN! Ja! Ja! Ich bin mir knapp runtergefallen, Alter. Ein Block. Hauptsache so, bitte, bitte, NEIN! Junge, du Pizza. NEIN! 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 Lass mich Pizza sein. NEIN! Alter! NEIN! Ja! WTF! Ja! Ja! Ja, komm! Oh, fick dich, Alter. Was ist das denn für ein Noob, ey? Boah! Haha! Nein! Nein! Alter! Alter! Ich hab's geschafft! Nein! Junge, best Runde ever! Ja, was ist denn das für ein Hacker? Ja, was ist denn das für ein Hacker? Guck mal, wie alt der mich wegklaut! Ah! Junge, Mann, was ist das? Das ist ein Übelstein Hacker! Nein! Ich hab den jetzt mal, also zumindest... Nein, ich bin einfach tot! Nein! Scheiße! Ich bin einfach mal gestorben! Ja, weil du scheiße bist! Ne! Krieg dich auch! Ne! Alter, Junge, im Ernst! Was ist das denn für einer? Ja! Da trägst du noch mehr, ne? Lobby, wo ist denn hier mal eine? Lobi, Lobi, Lobi! Ja, bestimmt! Ich hab's geschafft! Haha! Die Runde vorbei, oder noch nicht? Ja, mach mal eine! Hallo, ich bin doch in der Aufnahme! Ja! Kein Stress und so! Noch ihn! Also bitte einfach, ich flieg sofort runter! Und zwar sehr elegant natürlich! Wie immer! Ist bei mir statt! Junge, Alter! Der kannte ich mal! Schottbow, 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 Schottbow! Schottbow, komm! Nein! Was ist das Secret App? Natürlich nur einen normalen Bogen! Das ist der unteren, sondern zu der oberen, die zu gehören! Loll! Was? Was war das denn? Hä? Ich hab mich dran verrecken! Hä? Jetzt komm ich an den No! Okay! Mein Penis wirst du tun! Mein Penis? Nicht so gut! Nicht so gut! Nö! Nö! Haha! Kennst du das? Behindert! Kennst du das überhaupt? Nö! Ja bestimmt, Alter! Junge, was ist das denn für einer? Deine Mum? Ach Scheiße! Mist! Hast du ein Tor? Ja, der Typ ist zu krass! Alter, der Typ ist locker ein Hacker! Ganz ehrlich, wie der mich geschlagen hat! Ey komm Library! Leider nicht! Okay, ich mach dir nen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns gleich wieder! Anyways! larvae! okay ejemplo vom Nack direito! Wer entsteht geschwann... Hallo,rib� Schmier, um mal... Huuuuh Who on the one? Ey, was soll ich mal sagen? Penis! PAM! Nein, nein, Cluster-Grenade! Nein! BAM! Und ich hab'n Diamond Sword. Che-peh! Fehl dich! Du weißt gar nicht, ich kann mich nicht clustern. Ah... 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 Geht dir ein... Fun... Hi! Hacker, Hacker. Auf jeden Fall Hacker. Penis! Nein! Ja! Oh man! Hallo! Nein! 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 Hast du'n Shot, Bo? Nein! ja alter nur verreckt mich dran alter nein ich weiß nicht was raus geht jetzt klingt mein telefon alter ich hab's gut gesagt Halt's Maul! Na gut, danke Jo, wie lange hält der Kackbogen? Nein! Alter! Die Penis lange hält der Penisbogen Bitte? Nein! Alter! Nein! 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 Ja! 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 Ich hab überlebt! Ich hab verdammt nochmal überlebt! Oh Mist! WTF! Jo! Wärst du 100 irgendwas perfekt oder? Ja, 104 Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Geh rein! Geh da rein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy Shit! Oh Junge! Ja, Tschüss! Nein! Ah, scheiße, ich dachte schon, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, holy shit, holy shit, Jogi, wie machst du das, häka, Alter, häka, ja, häka, oh, 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 alter, alter, was, Gartenhäka, alter, oh, das klammert hier im Sex, Alter, wenn dir so ficken, Alter, da kommt also der Orgasm so, oh, oh, kriegst gleich ein Orgasmus, wenn ich dich finge, Alter, oh, geil, oh, ja, Find ich gut, alter, oh, ja, mag ich, mag ich, 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 ich HAAAAA Hahahaha 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 Du stehst einfach so Eifer Fick dich alter Fick dich einfach Genau Schaa Wakscho Hahahaha 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 Ja Ja Nein! 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 Warum? Warum? Alter! Alter, nenn das YOLO-Runde. Ganz im Ernst, ich glaub, du eine geile Runde. Alter, fick dich. Oh, nein! Ich hab dich wegfliegen seh! Und ich hatte nen Shot. Oh, Alter, YOLO. Alter, nice Runde, Junge, nenn die Runde irgendwie YOLO-Runde. Also, keine normale Runde. Junge, sagst du, ich war nicht immer die Aufnahme, du Kunde. Das war ne richtige Runde, noch ein paar dran. Ja, auf jeden Fall. Alter, wie viel von der Arme. Oh, ja, okay. Ich dachte, ich hab' einen einfach guten Teil. Okay, dann mach' ich. Hast du geklattet? Oh, nein! Hast du geklattet? Ahaja. Hahaha. Los, ich bin in die Arena. Oh, nein, alter. Oh, okay, ich setz ja nen kleinen Cut, Alter. Okay, les.» ґ r nuetı, herzlich willkommen zur dritten Runde. Alter, ich hab' einfach mal gerülpst. onta-. was sagen alle so high wie wir sind ganz im ernst reiß dich zusammen reiß dich zusammen reiß dich reiß dich ja 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 alter nein der typ hat tatsächlich geschafft einen verdammten wo bist du da bist du nein ja ich hab dich doch so weg hier ist wieder euer bruch im kungs tv das ist nicht einmal nein ich bin down das hier ist echt mal behindierende 0 1 du das lädst du auch als behindierende hoch und mach dein intro einfach mit einer anderen musik einfach dein intro mit einer anderen musik davor als als äh ein intro halt weißt du NEIN 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 oh ne bei mir ist da grad irgendwie so los oder mit mir irgendwie so ich hab ne sterben ja in der ravine ähm alter wie zeugst wie zeugst wie zeugst du später mal kinder alter oh ne oh nö oder noch ne runde dran die war zu kurz ja okay dann sehen wir uns gleich wieder bis neu lobby 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 oh man und geht los krass heil achso Entschuldigung falscher Film hol das los raus wir spielen Cowboy und Indiana wir reiten um die Wette also klatschen um die Wette kommunikiv bevor brah jo um hol Okay, gut, gut, gut. Hello, was? Komm, komm, warte kurz, warte kurz. Kurz Pause, Alter. Nächster! Ja, ich hab' ihn geschafft! Nein! Ich hau' den... Ja, ich hab' ihn! Ich hab' ihn runter! Ja! Hallo! Genau, was ist das? Oh, was? Ich bin im Block. Hä? Nein. Ich hab 294! Ich hab 294! Nein! Weißt du, wie scheiße viel... Nein! Geh' mal in die Lava. Geh' mal in die Lava. 294. Hä, wieso bist du... Hä? Bist du in die Lava gegangen, oder was? Ich hab' runtergefallen. So. Und in der Lava war ich auch. Hallo. So, Philipp. Lass mich jetzt einbauen, Alter. LOL! Wenn du ihn einbauen lässt, dann kriegst du... Nein! 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 Du hast einbauen 84% bekommen. Oh nein. Oh nein, mein Penis ist so klein. Oh, ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Ich hab' zweimal... Ich hab' zweimal YOLO gemacht und bin zweimal gestorben. Oh nein. Wollen wir die Runde hier einfach nicht nehmen, sondern die nächste Runde? Doch, 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 doch. Dann machen wir diesmal eine spezielle Folge und einfach so fünf Runden. Ja, komm, dann ist das jetzt die vierte, machen wir noch eine dran, okay? Jo, okay. Okay, ich mach' hier schon einen Cut. Nur schon mal eine raus. Okay, ich mach' hier schon mal einen Cut. Bis gleich, Leute. Alter, das klang nicht mehr gesund, ey. Nee. No... No Hobies. No Hobies. Ich hab' ne Gast... No Hobies. Ich hab' ne Gasträne. What the fuck? Ich hab' gern'n Powerbuff. Hallo. Okay. Hallo. Nein. Loll. Ja, 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 ja! Ich hab' ne, 90%, 110! Kiwiin! Kiwiin! Stirb. Nein. Geh' sterben, Mann. Nee, einfach sterben. Geh' sterben, verdammt. Alter, ja, boxe mich noch mehr an die Spinnengeweben, alter. Ja, komm, jetzt verpiss dich. Bödes. Nein. Ja. 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 Echt, schaff' dich mal weiter Spinnenwege. Ich schuld' kein Schaden. Äh, du fliegst aber gleich weg. Ja, dann lass, lass mich, hör auf mich zu hauen. Hier jetzt rein, die scheiß viele Kack level ich hab. Leute, ich hab gekickt. Die haben gesagt, ich hab gehackt, weil ich No Northback hatte. Alter, sind die dumm. Ich hatte einfach mal durch das Spinnenleben No Northback, Alter. Wollen die. Nimmst du die Runde jetzt oder nicht? Ja, ich nehm sie. Ich spiel jetzt einfach weiter. Ey, ich wollte noch eine Yolo-Runde machen. Bin ich einfach fast stärker. Willst du noch eine dranhängen oder wie machst du? Nee, ich bin dann keine mehr dran. Ach komm, noch eine, komm. Sieben ist eine tolle Zahl. Ist hier einfach mal nicht, aber egal. Ich weiß, trotzdem machst du sieben. Oh nee, fünf. Nee, sieben. Doch, keine Ahnung. Ist auch jetzt, glaub ich, die fünfte oder so. Ja, hier ist einfach keiner. Ja, hier ist einfach keiner. Ja, ist gut. Hey. Wir wissen doch alle, dass du nicht sehen kannst. Du musst der Welt das nicht beweisen. Oh, Alter, ja. Ich bin jetzt runtergefallen. Nein, also, ich sterbe jetzt einfach absichtlich. Doch nicht du, dich mag keiner. Timmel. Ich boxe in die ganze Zeit nicht, spinn wir in den Reihen vollgemein. Alter, wie der hier tatsächlich rauskommt. Das ist total lustig. Timmel. Aber Timmel. Was? I like trains. Bitch. Ach, du auch. Ja, komm, ja, genau, der ist runter. Ja, komm, ja, genau, der ist runter. Oh, ja. Komm schon, komm schon. Jetzt soll ich das Original von Oja schlecht kommen? Oh. Nein. Und, gewinnst du? Keine Ahnung. Nö, gewinnst du nicht. Oh, nein, ficken. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise von Konrad. Er hat nur mal mein Leben von seiner Mutter verloren. Alter. Ja, meine Mama war auch total lieb, eigentlich. Ich war ein total lieber Mensch. Okay, ähm, alter. Ich hab grad nie ins krassen Job geschafft. Er war wirklich richtig geil. Muss mich raten, er war super scheiße. Okay. Okay, äh, lebst du noch hier? Ja, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin so tot. I'm dead! Okay. Ähm, dann... Ach, komm, eine Runde YOLO, komm. Ja, danke, Alter. Bis gleich. Ich hab voll Bock. Bis gleich, Leute. Das sieht mich nicht aus. Nein! Alter, ich lache immer. Das ist so hammergeil. Oh, willst du mal meinen Cock spüren, Alter? Lol, was? Ich bin grad irgendwie weggeführt. Also, ich hab schon ein Leben verloren, aber auf eine voll komische Art und Weise. Ach, ja, komm, fick dich. Mein Schwanz ist abgebrochen auf eine komische Art und Weise. Als ich Junge. Alter. Was findet er wieder lustig? Ey, hier ist ein Pornoschwein. Hier ist ein Pornoschwein. Alter, was hat das für next? Schmack Pornoschweine. Ich mach Pornoschweinig-Sinn, Alter. Ahaha. Lüftig, lüftig, lüftig. Du, sie, lüftig, lüftig. Greif an, greif doch an. Mann, Mini-Scharf, greif an. Go, Mini-Scharf. Go, go, Mini-Rain-Dor-Star. Ja, komm, Alter. Ja, komm, Alter. Ja, mein Vater. Verdammt noch mal, das klingt nicht gut. Lebt sie noch, ne? Ich hab ihn. Fehler, Papis. Und ich hab einen runtergehauen. Nein, er hat überlebt. So, ich dachte, ich druntergeholt. Ja, das auch. Ja, man weiß ja nicht, ne? Du weißt, jemanden einen runtergeholt? Ja, dir, weißt du. Perverse Sau. Einfach nur perverse Sau. Ich weiß, dass er hat ein Weihnachtsmittag auf und so ein Heselanden. Oh, ein Weihnachtsschwein. Oh, ein Weihnachtsschwein. Oh, ein Weihnachtsschwein. Oh, ein Weihnachtsschwein. Yeah. Wie so gay, Alter. Oh, fick dich. Neu. Oh, fast 100%. Der macht ordentlich damage, ne? Ja, ich hab prima. Ich hab's ja nicht. Na, na. Ah, scheiße. Was sagst du für Orbeez? Nope. Nope. Alle Turtles. Ist das schlecht? Nein! Oh, wie ich den weg... Nein! Nein! Weißt du, meine Brüder, das war so viel selber. Nein! Nein! Alter, Junge... No, I don't want it. Ich hab' gewaltig im Hieb. Alter, wir gewaltig im Hieb. Sie stopp mobbing. Ja, die einfach nicht reingepackt. Nein! Ho, ho! Heil, Alter! Ähm... Das habt ihr nicht früher gehört. Dieser Tocker, was weiß ich, wie der heißt. Tockett, Penisgesicht. Du musst leider sterben. Ihr bist tot. Ich bin tot. Nein! 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 Kennst du das? Nein! Nein! Noe! Alter! Ich mags! Oh! Ja! FIFA! Ich mag es gut! Alter! Ja! Jetzt mal überleg ich echt was ich für eine Scheiße labere Oh mein Gott HOLY SHIT Oh Ich hab überlebt Oh Hallo Schiat Oh Ja Gib es mir Bitte biete Hart 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 LOL Oh jaaaah Hart Richtig hart Wie ist er los zeig es mir Bitte richtig hart Oh du bist so stark Oh NEIN Ja genau da Oh ja Nein Mach allein bisschen weiter rechts Nein Oh ja Nein ich bin tot Oh Oh man Jo dein Telefon Oh Gott ich weiß nicht ob man das gehört Alter jetzt ist ja gut alter So hat noch jemand was zu melden alter Ja ich bin tot Ich bin tot Ich würde sagen dass man Paul Lusikow Ach was er entführt Was Wie ich kredite kopf Ja klar Echt Ja klar Äh ich mein jetzt ernst ne Ja Bisschen Ja Jolo Äh Äh dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufnahmen zu sehen Ja Da waren paar richtig geile Aufnahmen dabei Und dann Ja natürlich Bei mir könnt ihr auch vorbeischauen Ich bin noch in der Videobeschreibung Ich bin noch in der Videobeschreibung Ich bin noch in der Videobeschreibung Nein du bist die Scheiße Hahaha Penis Haha Ja okay und ähm dann bedanke ich mich fürs Zusehen Eine Bewertung wird dir nicht schaden Abo natürlich nicht vergessen Abo geil Stimmt gar nicht Ähm Ich spreche mit mir selber Ähm Du hast keine Friends alter Doch die Teletubbies Ähm Dann Ja Bis zum nächsten Mal würde ich sagen Ich bin dritter geworden Yay Gut dann Tschüss Bis zum nächsten Mal meine Freunde Ciao U Dann Wait W